Oh, 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 das ist ein Licht am Ende des Tunnels. Nee, das ist nur Schmerz und Trauer. Ey, Brunner, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Mario Party. Wow, du bist ja so enthusiastisch. Ja. Ich sag jetzt schon, Horrorland, Spacelands, die besten Lands. Alles andere ist Wackshit, das nehmen nur Opfer. Okay, die meisten schreiben eh Horror, also juckt's. Die alte Stimme von Tod ist so viel besser als die neuen, ne? Guck mal, früher war er da so, okay, und heute ist es so, hallo! Okay, ich bin auf jeden Fall Yoshi. Niemand nimmt mir Yoshi weg. Auf jeden Fall, ähm... Ein Keck. Ich bin Peach. Warum willst du Peach sein? Keiner mag Peach. Ja, deshalb bin ich Peach. Weil dich keiner mag. Ja, ich bin Realist. Wir spielen das auf einer echten N64, das ist nicht demoliert. Deswegen sieht das so fucking pixelig aus. Das ist das beste Mario Party von allen Teilen. Es gibt Kostüme, die Minispiele sind am besten. Und man kann sich gegenseitig zerstören. Nein, ich bin... Wobei, man denkt immer, wenn man zuletzt dran ist, ist das scheiße. Aber strategisch ist das manchmal besser. Ah ja, du bist ja Peach. Guck mal, ich kann das hier machen. 10. Warum, warum verliere ich jetzt Geld? Weil du Steuern zahlen musst. Okay, 4. Solide. Kapitalismus, scheiße. Uh. Ja, der kriegt direkt in der ersten Runde einen Stern. Das ist eigentlich so unwahrscheinlich. Ich hab schon gar keinen Bock mehr, ich geh nach Hause. Ja! Peach, kannst du eigentlich... Ach ja, du bist ja Peach. Oh mein Gott, ich werde nicht gewinnen. Die beiden sind schnell. Schon schnell, unterwegs. Ich glaub, der Gewinner ist der als erstes auf dieses... Ja, du hast gewonnen. Der dort... Bubble. Hol ich mir einen Pilz? Na, scheiß auf den Müll. Aber ich kann mir auch noch keinen Stern leisten. Wie viel kostet du einen Stern? 20. Das ist jetzt kein Practice, du musst einfach nur A drücken, wenn das Feuer kommt. Die meisten drücken zu früh. Warte kurz ab. Warte, 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 jetzt. So lange sollst du auch nicht warten, Mann. Das liegt einfach daran, dass du Peach spielst. Keine Ahnung, wie du so schnell gestorben bist. Hier muss man halt legit nur A drücken. Also halt legit nur A. Nein. Oh, das sind nur Münzen. Warum kriege ich nur Münzen und du kriegst einen Stern? Ja. Konzentrier dich. Lass dich nicht treffen. Oh mein Gott, hast du mich abgeschossen? Nein. Nein. Schon wieder Vario und ich. Hä, ist er dumm? Der macht ja nichts. Los, weg, zerstöre diese drei Bots. Es ist halt wahr, was will man sagen? Benzo, kannst du dich immer beschweren, weil negative Energie gibt dir eine niedrige Zahl. Oh, okay, es hat gerade so ausgereicht. Ja, ich will jetzt den scheiß Stern geben. Jetzt zeige ich dir, wie man spielt. Pass auf, boom, 10. 6, auch gut. Und jetzt bin ich vor dir. Was willst du tun? Hauptsächlich will ich dir wehtun. Oh, der macht Auge. Ja, wir müssen mitkommen. Der Penner. Der hat uns einfach mitgenommen. Aber ich bin aber gleich dran. Nein. Er kriegt den scheiß Stern. Du kriegst ihn nicht. Ja, ja. Ja, da ist ja alles in Ordnung. Hä, warum? Ja, du hast ja schon einen Stern. Ja, du auch. Stimmt, ich habe auch einen Stern. Sehr gut. Gegen den da. Im Höhlen-Sprint. Nee, ich will aber gar nicht. Hier kann man nur einen Fehler machen, wenn der Bot etwas anderes macht als man selbst. Aber, wenn man mit Bot spielt, richtet sich der Bot immer nach dir. Das heißt, du kannst hier nichts falsch machen. Du kannst einfach richtig ausrasten mit Rücken. Lass mich doch durch. Oh, das Licht am Ende des Tunnels. Nee, der ist nur Schmerz und Trauer. Warte mal kurz, wo ist der Stern? Der Stern ist hier. Ja, ja, genau. Der muss quasi runter und dann einmal rum. Du holst hier gleich den Zweiten. Wahnsinn. Wahnsinn. Mit dem Tempo läuft's. Ach, lol. Jetzt hat Wario auch endlich seine Chance. Ich jag den jetzt und dann prügel ich einfach den Stern aus dem Haus. Ja, warum sind die Bots jetzt so gut? Fuck. Scheiße, mein... Nee. Also, das war schon schlecht. Ey, kann Luigi endlich mal sterben? Oh mein Gott, ich habe nichts gedrückt. Als ob ich gegen den Bot verloren habe, der auf Normal ist. Das ist natürlich doof, weil da verliert man ja drei Münzen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das mit Absicht gemacht habe. Aber die Sache ist, bei Mario Party, diejenigen, die am Anfang 60 Grad gemobbt werden, kommen später komplett wieder. Ja, das haben die mir damals in der Schule auch gelernt. Okay, hier musst du einfach nur weglaufen, weil Luigi verholt sich mit einem Hammer im Dunkeln. Das ist ein Horrorgame, aber es ist halt ein Bot, da kann nichts. Okay, Wario ist weg. Es sind noch wir, Bruder. Nimm sie. Nimm sie. Nimm sie. Nimm ihn. Okay, nimm mich. Egal, wir haben eh gewonnen. Oh nein. Warum kriegt der... Warum hat der jetzt zwei Sterne? Wario, warum bist du eigentlich so stressig? Ich hole mir Frustwasser. Oh, gib dir mal den Regen und der Himmel ist so ultra schön. Oh, das sieht mega nice aus. Ich zeige euch das mal kurz, Leute. Hi, Freunde. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich befinde mich gerade hier in meinem Streaming-Zimmer zusammen mit Vince. Was geht ab, Vince? Oh, wie nah das geht. Oh, Mann, das sieht voll scheiße aus. Das ist einfach weiß. Der ist halt eigentlich komplett gelb. Äh, weiß abgleich. Ja, so. Genauso sieht das aus gerade im Realize. So lief Titanic ab. Ja, und dann waren da Gott sei Dank die vier Mast-Wortliste. Du bist ja instant gestorben. Okay, wir probieren das nochmal. Wie gesagt, ganz schnell A drücken und die Richtung wechseln. Nur stupid und hab den Anfang verkackt. Wie dein Leben. Ja, und? Ich stehe dazu. Warum? Warum wechseln jetzt schon die Richtung? Lächerlich. Ich hab viel schneller A gedrückt als dein Port. 30. 30 mal so? Nein, du bist aus einem Ausbruchzeichenfeld. Anscheinend. Was macht das jetzt? Ist ja miese. Okay. Nichts, was uns betrifft. Das war Reaction Camp. What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin fast runtergefallen. Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Als ob das funktioniert hat. Kann Wario mal sterben? Hallo, ich will kein Draw. Du wolltest kein Draw. Warte mal, wer bekommt jetzt? Wario hat jetzt drei. Wir müssen ihn aufhalten. Das kannst du nicht weitergehen. Ich schwöre. Wie hat er jetzt schon wieder einen Stern bekommen? Ich hab keine Ahnung. Der macht gar nichts. Boah, du bist voll schnell. Warum? Weil ich ein Zauberer bin, Harry. Oh fuck. Ich bin langsam. Nee, 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 nee. Oh nee. Ich glaub, ich kann's schaffen. Ich glaub, ich muss aufhalten. Und gewonnen. Ich kann mir den Stern nicht leisten. Alter, Wario, verpiss dich. Ich werd mich so bei dir rächen. Bei meiner Münzen klaust. Verpiss dich, wehe. Peach. Warum? Ich hab die wenigsten von allen. Alles gut, keine Angst. Ich räche mich. Pass auf. Genieße das jetzt, Vincent. Sternstehlen. Wario. Nein. Wario hat 55 Münzen. Der kann sich gleich den Stern zurückklauen. Ich muss Wario töten. Okay, nice. Egal, ich hab Wario gekillt. Alles andere juckt mich nicht. Nice. Easy. Ei, Wario. Oh mein Gott, ist das Tag. Ich habe Glück. Weil da ist normalerweise ein Bo, der hat über 55 Münzen. Der hätte sich jetzt einen Stern von mir gesnackt. Okay, ich hab jetzt meinen goldenen Pilz. Ich hoffe, das wird so eine richtig hohe Zahl. Bitte nicht 1, 1, 1. Fuck. Ja? Meinst du, das reicht? Nee, das reicht nicht. Was geht ab? Varius. Verpiss dich, das ist meiner. Scheiße. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Das war's. Ich bin blank. Sagt der Typ mit drei Sternen. Das ist so. Ja, ich habe kein Geld mehr, aber ich habe noch meine drei Rolex im Tresor. Oh, die letzten fünf Runden, Bro. Oh, Cooper glaubt, du willst gewinnen. Und deswegen bekommst du ja zehn Münzen. Oft hat Cooper recht. Oft geht mir Coopers Meinung am Arsch vorbei. Nee, der hat gesagt, ich gewinne. Ja. Ja, geile Sau, Cooper. Domtento schreibt, ich fühle das Game unnormal. Dommy, spiel doch einfach mit. Jog mal kurz rüber nach California. Und dann spielst du eine Runde mit uns. Aber dann Westernland. Westernland? Du magst Westernland? Nee, komm doch nicht her. Oh, Peach, du willst dir einen Stern kaufen? Ja, das ist blöd, dass ich da schneller bin. Also, du kannst es immer noch schaffen, ne? Du kannst theoretisch auf so ein Ausgutzeichenfeld und alles umdrehen, dass ich dir alle meine Sterne geben muss. Da bist du der Gewinner und Cooper hatte recht mit seiner Vorhersage. Ja, dann machen wir das doch mal. Okay, hier musst du einfach nur mal ausfüllen. Hä, was muss... Ach so, der Panzer malt das aus. Ja, genau. Aber es ist schon ein bisschen anstrengend, weil die Störung super weird ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mir fehlt noch einer. Äh, nein. Dir hat auch noch einer gefehlt? Nein, Luigi hat noch einer gefehlt. Also, ich will mich zwar nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, der Minispiel-Stern gehört mir. Äh, ich weiß ja nicht. Wario war auch ziemlich stark. Oh. Oh, oh. Oh, nein. Aber andere können auch darunter leiden. Nein. Alle vier Spieler geben mir Münzen. Jeder 30 Münzen? Oh. Aber ich hatte sowieso fast nichts. Wario ist jetzt der Einzige, der sich noch einen Stern leisten kann. Er kann sich jetzt sogar einen Stern kaufen. Nein. Du kriegst eh Bonus-Stern. Ja, aber was ist mit Wario? Warum bekommt er ständig Sterne, Junge? Dann nehme ich ihn einen Stern weg und er kann sich wieder einen leisten. Nur weil er so eine Operation in Mario 64 ist. Oh, was machen die jetzt? Die kämpft um eine Münze. Er hat eine Münze eingestellt. Oh, nein. Ich frage mich, weil diese eine Münze bekommt. Kämpft. Kämpft. Hä? Als ob der jetzt einen Stern kriegt. Nein, nein. Er bekommt eine Münze. Ich mache Auge. Ja, weißt du was? Als ob? Warum? Keine Ahnung, wo das hingeht. Ist mir egal. Ich habe noch meine letzten fünf Münzen deshalb verloren. Alle gegen mich. Fände ich gut. Wie im echten Leben. Du darfst aber nicht da hingucken, wo ich hingucke. Okay. Sonst bist du raus. Du bist tot. Ich habe das Spiel verstanden. Da habe ich immer geschrieben, ich finde Yoshi übelst cute. Ich spiele ihn auch immer. Die Sache ist, dann müssen dich ja auch alle hassen. Yoshi-Spieler werden, egal welches Spiel, ob Smash oder Mario Party, Yoshi-Spieler werden immer gehasst. Zu recht. Zu recht. Und das ist übrigens die letzte Runde. Kirmes Kran. Boah, das ist so ein ekelhaftes Spiel, Mann. Hol komplett die Zeit und dann die Spiele erst. Vertrauen mir, hol dir erst die Zeit. Und bei uns musst du ganz schnell A drücken. Also musst du schneller drücken als wir. Jetzt drück ich schnell A. Du hast ein Eis gegrabt. Ja, und ich stehe halt auch. Okay. Du kannst dir doch mich gönnen. Das ist halt das Ding, ne? Wenn man ein bisschen A drücken kann, da hast du keine Chance. Deswegen ist das Spiel unfair. Als ob dann Barrio und Luigi auch gewinnen. Ja. Das ist mir einfach nur schlecht. Weil wir ein Team sind. Die halten zusammen. Gegen die Frau. Joke. Münzenstern kriegt... Hä? Achso, weil ich insgesamt die meisten Münzen gesammelt habe. Also ich hatte an einem Punkt mehr Münzen als du. Deswegen. Und Fragezeichenstern bekommen Luigi und Peach. Siehst du, du hast auch was gewonnen. Ich frage mich, wer Superstar ist. Bist du ready? Ich fühle mich wie beim Oscar. Du bist nominiert, aber du weißt, du bist es eh nicht. Nein, nein. Wer ist da? Es ist... Yoshi. Let's fucking go, Yoshi. Das war's. Bowser ist tot und Yoshi ist der Superheld im Horrorland. Wie fandest du dieses Abenteuer? Belastend. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.